Hallo Leute, hier im Video sind 14 Location vom Steinbarsch drin. Der Steinbarsch beißt am besten auf Käse, aber ihr könnt genauso gut Brot verwenden. Das haben wir alles getestet und der Steinbarsch nimmt genauso Brot wie Käse. 14 Location, alles mit Karte hier. Und es sind auch alle vier Spielfiguren hier im Video vorhanden, die angeln. Also zweimal Playstation und zweimal Xbox Figuren hier im Video. Und das Ganze für den Steinbarsch. Sie waren alle angeln im Laufe der Zeit und deswegen haben wir 14 Videos in unserem Videoarchiv gefunden. Und ich will euch jetzt hier nicht drei Minuten noch was vollquatschen. Ich lasse euch jetzt mal mit der Musik allein und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.